Buddha Mentor Melium Leben und herzlich willkommen Grüße an Veganmaus grüße an Papse von Dyssaus Mein größer, mein scheiß affekten, scheiß Nachbar. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier weiter. Und es ist jetzt folgendermaßen, wir werden die Mission weitermachen. Dann, wenn wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber wir gucken jetzt erst mal. Deswegen. Oh, okay, nett. Oh, okay, nett. Oh, okay, nett. Oh, das ist ein Schaum. Ich muss das Schaum. Oh, come on. 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 Wer soll denn sterben? Du sollst doch sterben, nicht ich. Du sollst doch sterben, nicht ich. Du sollst doch sterben. 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 Sollt doch sterben. Du sollst doch sterben. Oh... Baba! Ipui! Könnt ihr mich hören? Baba! Ipui! Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt! Baba und Ipui sind noch da drin! Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg frei zu räumen? Vielleicht kannst du sie rausholen! Bitte, Nepp! Es sind meine Brüder! Warte hier! Ich tue, was ich kann! Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Hey du! Bist du verletzt? Ja! Hab mir den Knöchel verstaucht! Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten! Der Tunnel ist eingestürzt! Ich weiß nicht, ob er noch lebt! Ich hole dich erstmal raus! Dann suche ich ihn! Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört! Wir werden vor ihnen sind! Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern! Du musst zurückgehen und Baba finden! Schnell! Er ist vielleicht verletzt! Oder Schlimmeres! Kümmer dich um ihn! Ich werde deinen Bruder finden! Danke, Nepp! Danke! Rede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Es gab keinen anderen Weg. Eine Geschichte der verlorenen Hüter, diese. Bist du verletzt? Nein. Ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwingen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? 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 Schöne, Schöne! So, dann machen wir mal hier ab. Dann haben wir jetzt ja zwei Klapperschlangen gekillt. Wenn du hierher gekommen bist, mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. So, wir haben noch eine Rechnung offen. Das heißt, das ist ein Kuss-Kuss-Kuss. Es wurde ganz genüsslich in die Zähne gesetzt, aber ich habe besseres zu tun. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt, aber ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt, aber ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt, aber ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt, aber ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt, aber ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt, aber ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt, aber ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt, aber ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Ich habe es nicht mehr als die Zähne gesetzt. Oh! Woah! Sehr schön! Äh, mal gucken, Karte. Haben wir denen noch nie was zu tun? Da ist ein Schnellreisepunkt. Wir haben ja hier noch ein kleines Lager. Ja. Äh. Okay. 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 Ich bin groß in einem Boot. 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 und ihm groß in einem Boot. 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 VORATS Römer, geht mal haus Römer, geht mal haus Du BASTER Hat er mich da gerade BASTERD genannt? Ey pass mal auf hier Meine Eltern waren von Heirat Du dumme Sau Meine Mutter Er ist ne dumme Schlampe hier Ach der Gott BASTERD Du unehrliches Kind eines Dein Vater und deine Mutter waren Geschwister gewesen Du Inzestblach Ja Du eine Lass römer geht nach haus römer geht nach haus ohne römer ist die welt schön du hättest nicht herkommen soll die du da halt es warst du ja So wirst du mir nicht entkommen! Ich töte dich! Jun dir. Kohkgst! So sehr Langis! This the dragons! Was ist das? 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 Halt! Bleib stehen! So, dann sag ich mal bis später.